Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann schlagen Sie bitte Psalm 23 auf. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich doch kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Das sind mit Sicherheit die bekanntesten Verse aus der Bibel. Aus gutem Grund. Der 23. Psalm ist so etwas wie ein tiefer Einblick in das Herz Davids. Und das verändert etwas in uns. Es macht etwas mit unserer Seele, wenn wir diesen Psalm hören. David war ein erstaunlicher Mensch. Seine Geschichte geht so. Israel brauchte einen neuen König. Der Prophet Samuel wurde von Gott beauftragt, den neuen König zu finden. Gott sagte, geh nach Bethlehem und sprich mit Isai. Einer seiner Söhne wird der nächste König sein. Samuel reist also nach Bethlehem. Er steht im Haus von Isai und der erste Sohn, der vor ihn geführt wird, ist Eliab. Ein großer, gutaussehender und starker Mann. Und natürlich sagt Samuel zum Herrn, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Sieh nur, wie gut aussehend er ist und wie stark. Das ist bestimmt ein großartiger Führer. Aber Gott sagte zu Samuel, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen sehen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ins Herz. Einer nach dem anderen werden die sieben ältesten Söhne von Isai abgelehnt. Auch der Schönste, der Größte und der Beste. Samuel sagt, keiner von diesen ist der Auserwählte des Herrn. Hast du keinen weiteren Sohn? Isai kratzt sich am Kopf und meint, nun, es gibt noch David. Er ist der Jüngste und nur ein kleiner Junge. Er ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. Und Samuel sagt, das ist er. Das ist der Auserwählte König Israels. David und Gott hatten einen guten Start zusammen. Ich meine, David war der Kleinste und der Jüngste. Er würde am wenigsten erben. Er bekam immer die schlechtesten Aufgaben. Und ihn erwählte Gott als zukünftigen König Israels. David war ein Typ, der ständig draußen auf den Feldern war. Er hatte eine tiefe und besondere Beziehung zu den Tieren, um die er sich kümmerte. Wissen Sie, für uns sind es einfach nur Schafe, nur etwas zu essen. Aber für David war es so, als wenn es seine Haustiere waren, seine Freunde. Da draußen war er sehr oft, ganz allein, draußen in der Wildnis mit seinen Schafen. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. So wie ich diese Schafe sehe, so wie ich sie verteidige gegen die Löwen und Bären, so wird Gott mich verteidigen. So wie ich den ganzen Tag lang nach diesen Schafen suche, wenn sie sich verlaufen. Genauso wird der Vater, wenn ich mich verlaufen habe, nicht aufgeben, bis er mich gefunden hat. David war ein Mann, der oft allein war. Aber er war ein Mann, der niemals einsam war. Und genau darum geht es in der heutigen Predigt. Henry Nouwen sagte, dass wir uns von Einsamkeit hin zur Abgeschiedenheit bewegen sollten. Ich weiß noch, wie ich als Kind zum ersten Mal so etwas wie Einsamkeit erlebt habe. Jeder Tag hatte bei mir einen ganz speziellen Ablauf. Ich hatte keinen Wecker, als ich klein war. Mein Wecker war die Kaffeemaschine meines Vaters. An jedem Morgen, noch bevor die Sonne aufging, gegen 6 Uhr oder 6.30 Uhr, hörte ich die Kaffeemühle der Maschine. Ich lag so im Bett. Dann drehte ich mich mir irgendwie so um. Und dann kam immer der zweite Durchlauf. So, als wenn sie mich nicht wieder einschlafen lassen wollte. Ich weiß noch, dann bin ich immer aufgestanden und die Treppe hinuntergegangen. Mein Vater machte immer diese Vogelfutterhaferflocken. Ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich nennt. Aber es sah aus wie Haferflocken mit Vogelfutter drin. Einfach eklig. Und jeden Morgen gab es diese Vogelfutterhaferflocken. Dann ging ich nach oben, machte mein Bett und ging zur Schule. Am nächsten Morgen hörte ich wieder die Kaffeemühle. Ging hinunter, aß meine Vogelfutterhaferflocken, ging nach oben, machte mein Bett und ging dann zur Schule. Und am nächsten Tag. Vogelfutterhaferflocken, Bett machen und zur Schule. Das war jeden einzelnen Tag so. Aber ich erinnere mich noch an das erste Mal, das allererste Mal, dass ich vollkommene Verzweiflung fühlte. Los ging es. Ich machte mein Bett, tat genau das Gleiche wie jeden Tag, Tag ein Tag aus. Und etwas überkam mich plötzlich. Wahre Einsamkeit. Ich meine, ich war daheim, mein Vater war da, meine Mutter war da, meine Familie. Ich war nicht allein. Und doch fühlte ich mich so allein. Verzweifelt in der Monotonie des täglichen Lebens. Ich wusste nicht, was es war. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, erkenne ich, dass es wirkliche Einsamkeit war. So viele von uns leben mit einer Art stillen Verzweiflung. In unserem Alltag machen wir nicht wirklich oft etwas anders. Wir ändern nichts an unserem Leben. Aber in uns ist diese einsame Aufruhr so etwas wie ein klaffendes Loch. Diese Frustration, Einsamkeit und Leere. Es ist immer da wie eine Seuche, wie eine Seuche ohne Heilung in unserem Herzen, die niemals weggeht. Warum können wir von so vielen Menschen umgeben sein, von Freunden und unseren Lieben und immer neue Freunde kennenlernen und uns immer noch einsam fühlen? Wie kann es sein, dass wir eine tolle Familie haben, eine tolle Kindheit und uns trotz alledem immer noch einsam fühlen? Ich habe eine Antwort darauf. Jetzt sind Sie aber froh, oder? Der erste Grund ist, weil die Welt ein dunkler Ort ist. Es gibt echte Dunkelheit in dieser Welt. Schreckliche Dinge geschehen einfach. Und sie werden geschehen. Und sie werden wieder passieren. Wir verlieren Menschen, die wir lieben. Jemand tut uns etwas Schlimmes an oder jemandem, den wir lieben. Jedes Mal, wenn das passiert, ist da etwas in uns, das sich verzweifelt, einsam oder zerrissen anfühlt. Und sie können nichts tun, um das zu verhindern. Wie einsam fühlt es sich an, wenn man sich bewusst macht, auch wenn ich gerade verletzt wurde oder etwas Tragisches passiert ist, dann wird es vermutlich wieder geschehen. Dieses Gefühl der Furcht und der Angst erwächst aus der Dunkelheit, in der wir leben. Aber wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass das Licht immer am hellsten in der Dunkelheit scheint. Ist Ihnen aufgefallen, dass inmitten einer wirklichen Tragödie und inmitten von Verlust das Allerbeste in den Menschen zum Vorschein kommt? Haben Sie gemerkt, dass wenn etwas Dunkles geschieht, das Licht heller strahlt? Soll das jetzt heißen, dass die Dunkelheit gut ist? Ganz sicher nicht. Aber ich sage Ihnen, wir haben eine Hoffnung, dass eines Tages ein Licht so hell scheinen wird, dass es niemals wieder Dunkelheit geben wird. Wir dürfen wissen, dass Gott auch inmitten großen Unglücks etwas dazu zu sagen hat. Und was er zu sagen hat, ist gut. So gut. Uns wird bewusst, dass wir nie, niemals, nie und nimmer alleine sind. Sie sind nicht allein. Gott wird sie nie verlassen und sie niemals aufgeben. Er wird immer bei ihnen sein. Der zweite Grund dafür, dass wir uns einsam fühlen, ist, dass sich die Welt ständig ändert. Nicht zwangsläufig zum Guten oder zum Bösen, sondern sie ändert sich einfach. Man muss sich immer wieder daran gewöhnen, nicht wahr? Ihre Kinder ziehen aus, die Enkel ziehen weg von ihnen, ihr Beruf ändert sich. Die Stadt, in der sie aufgewachsen sind, sieht heute ganz anders aus als früher und alles ändert sich ständig. Alles ändert und ändert und ändert sich. Das macht uns Angst. Wie können wir uns an diese sich ständig ändernde Welt anpassen? Wie werden wir ein Teil dieser sich verändernden Welt? Gott sagt uns, wenn sich die Welt auch verändert, ich verändere mich nicht. Wenn sich die Welt auch ändert, ich bin immer bei dir. Und in diesen Veränderungen liegen neue Möglichkeiten. Der dritte und letzte Punkt ist es, der letztlich diese Einsamkeit hervorruft. Der letztendliche Grund dafür ist, wir wurden mit einem inneren Hunger und Durst nach Gott geboren. Und wenn sie das nicht verstehen, dann werden sie niemals die wahre Natur ihrer Einsamkeit und ihrer Verzweiflung begreifen. Im Herzen von jedem Mann und jeder Frau liegt das Verlangen, von Gott ausgefüllt zu werden. Blaise Pascal nennt es das gottförmige Loch. Dieses innere Bedürfnis, das wir verspüren, diesen klaffenden Abgrund mit Gott auszufüllen. So wenige von uns haben gelernt oder verstanden, dass sich dieses gähnende Loch nach Gott sehnt. Darum wenden wir uns anderen Dingen zu. Wir wenden uns an andere Menschen und sie werden zu unserem Messias. Wir erwarten von ihnen, dass sie unsere tiefsten Sehnsüchte stillen. Also stürzen wir uns in eine tolle romantische Beziehung, eine neue geschäftliche Partnerschaft oder eine neue Freundschaft. Und wir denken, okay, jetzt, jetzt werde ich mich nicht mehr einsam fühlen, denn dieser Mensch wird diesen Abgrund bestimmt ausfüllen. Aber das kann er nicht. Ein Teil von uns blickt auf die Dinge dieser Welt und wir denken, Mann, wenn ich nur einen Porsche haben könnte. Einen Porsche 911 Turbo. Oh Mann, das tiefste Loch in meinem Herzen wäre ausgefüllt, weil ich einfach wegfahren kann, so schnell ich will, nicht wahr? Wir kaufen Dinge, gehen Beziehungen ein, fangen einen neuen Job an, beginnen neue Projekte, stopfen uns mit Süßigkeiten voll und suchen alles Mögliche, außer der wirklichen Lösung, die uns schon von Anfang an vor der Nase lag. Und das ist der lebendige, hereinbrechende Geist Gottes, der jederzeit für uns da ist. Also, der Weg für uns, um wirkliche Versöhnung in unserer einsamen, verlorenen, durstigen und hungrigen Existenz zu finden, ist es, Gott zu finden. Und wahre Verehrung und Verbindung zu ihm zu finden, sodass wir einfach sagen können, Herr, ich bin dein. Wir müssen unsere Perspektive ändern, wir müssen erkennen, dass Gott uns niemals verlassen hat. Wissen Sie, in einem Leben, das eine Million Stundenkilometer schnell rast, schaffen wir das nicht. Auf der Straße des Lebens steht Jesus still. Wenn Sie auf der Straße des Lebens sind und sehr schnell fahren und Sie sehen Jesus am Straßenrand, dann werden Sie ihn nicht erkennen. Er sieht dann einfach aus wie alle anderen, also sausen Sie vorbei. Sie können das Gesicht eines Menschen am Straßenrand nicht erkennen, wenn Sie mit 150 vorbeirasen, nicht wahr? Wenn Sie schnell fahren, werden Sie Christus nicht sehen. Wenn Sie langsamer fahren, dann werden Sie ihn sehen. Und wenn Sie anhalten, dann können Sie ihn tatsächlich berühren. Das ist es, was wir tun müssen, wenn wir den tiefsten Punkt unseres Herzens wirklich ausfüllen möchten. Wir müssen anhalten. Wir müssen hinsehen. Und wir müssen uns langsam nähern und in seine Gegenwart treten. Dann werden wir geheilt sein. Ich war einmal in Thailand. Wir waren dort auf einem Missionseinsatz, um Entwicklungshilfe zu leisten. Ich war in einem kleinen Dorf. Wir hatten ein paar Tage dort verbracht und als wir gehen mussten, sagten wir, wir würden gerne wissen, ob wir mit euch beten dürfen. Mit dem ganzen Dorf. Und sie sagten, natürlich könnt ihr das. Wir fragten, wofür sollen wir beten? Sie sagten zwei Dinge. Zuerst ist da die Mutter unseres Dorfes. Sie hat einen Tumor an ihrem Hals. Solch einen Tumor. Etwa von der Größe einer Limette. Er trat hier am Hals hervor. Man konnte ihn noch deutlich aus drei Metern Entfernung sehen. Sie sagten, bitte betet dafür. Wir machen uns große Sorgen. Der nächste Doktor ist so weit entfernt. Und als zweites, bitte betet für Regen. Aus irgendeinem Grund hat sich die Monsun-Saison hier sehr verspätet. Wir können unseren Reis nicht pflanzen und das verursacht uns sehr große Probleme. Wir brauchen dringend Regen in dieser Region. Also sagten wir okay. Zu der Zeit war ich 16 Jahre alt und es war das erste Mal, dass ich jemals echte Armut gesehen hatte. Sie wissen schon, das erste Mal, dass ich solche schwierigen Umstände erlebte. Wir versammelten uns, hielten uns an den Händen und begannen fast eine Stunde lang zu beten. Es war wirklich seltsam. Es war fast so, als könnte ich Gottes Gegenwart körperlich in meinen Händen spüren. Wir beteten und beteten immer weiter, eine Stunde lang. Sie wissen schon, Sie beteten in Thai und wir beteten in Englisch. Und während wir beteten, zogen Wolken am Himmel auf. Wir sahen die Frau an und sie sagte, du meine Güte, meine Güte, er ist weg. Alle drängten sich um sie, um sie anzusehen. Die Leute machten Fotos, denn der Tumor war in dieser Stunde, während wir beteten, verschwunden. Keiner hat gesehen, wie er verschwunden ist und es gab auch kein grelles Licht oder so etwas. Nichts, womit man zu Hause angeben könnte, außer eben, dass er da war, als wir anfingen und verschwunden war, als wir fertig waren. Keiner konnte es erklären. Dann begannen wir, unseren Lastwagen zu beladen. Wir luden unsere Taschen auf und unser ganzes Zeug. Ich spürte einen kleinen Tropfen auf meinem Ohr. Und ich dachte nur, oh Mann. Ich sah nach oben und es begann erst zu tröpfeln und dann begann es zu schütten. Zu schütten. Auf unserem Rückweg sollten wir bei einer Schule anhalten. Als wir ausstiegen, kamen die Mönche und die Lehrer nach draußen und fingen geradezu an, unser Team anzubeten, weil ihnen gesagt wurde, dass wir Magier wären und zaubern könnten. Wir sagten, nein, 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 steht auf, steht auf, steht bloß auf. Das waren nicht wir. Nein, Gott ist gekommen. Wissen Sie, ich weiß nicht, warum Gott manchmal Wunder tut und manchmal eben nicht. Ich weiß nicht, warum die Dinge manchmal so laufen, wie wir es wollen und manchmal nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, Gott ist hier. Gottes Gegenwart ist hier. Gottes Macht ist hier. Gottes Leben ist hier. Seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, war Gott bei mir. Er ist niemals gegangen. Er ist hier bei Ihnen. Wenn Sie doch nur wissen könnten, wie deutlich ich das in meinem Herzen spüren kann. Ich wünschte, ich könnte es besser ausdrücken, damit Sie es mit eigenen Augen sehen können, dass sie direkt neben Ihnen ist. Er legt den Arm um Sie und er hat Sie seit dem Tag Ihrer Geburt nicht verlassen. Er ist bei Ihnen. Einsamkeit ist eine Lüge. Ihnen wurde gesagt, dass wenn Sie beten, dass Gott nicht antwortet, dass er Sie mit kalten, nie blinzelnden Augen anstarrt. Natürlich fühlen Sie sich einsam. Ihnen wurde gesagt, dass Sie einem Gott dienen, der keinen Anteil nimmt und der auf die Erde herabblickt, nur um zu verurteilen und zu hassen. Natürlich fühlen Sie sich einsam. Aber das ist nicht der Gott, dem wir dienen. Und das ist nicht, was hier steht. Hier steht, er ist jetzt bei Ihnen. Er hat Sie nie verlassen. Er wird Sie nie im Stich lassen. Er verlässt Sie niemals. Nie, 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 niemals. Nie und nimmer. Vater, wir kommen im Namen Jesu zu Dir. Herr, so wie Du Paulus Deinen Sohn gezeigt hast, indem Du ihn von seinem Pferd geworfen und die Blindheit von seinen Augen genommen hast, so bitten wir Dich, auch unsere Blindheit zu nehmen und uns sehen zu lassen. gib uns ein Gespür für Deine Gegenwart. Herr, einige von uns spüren so eine echte Verzweiflung, echte Einsamkeit. Sie fühlen sich, als wenn es nichts auf der Welt gibt, für das es sich zu leben lohnt. Und als wenn Du nicht da wärst. Als wenn Du irgendwie verschwunden wärst. Herr, erinnere diese Leute. Lächle uns an. Offenbare Dich uns. Wir beten, dass Du Dein Feuer in unseren Herzen brennen lässt. Lass uns immer in Deiner Gegenwart verweilen. Herr, wir lieben Dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen.